Willkommen in der wundervollen Welt der toten Ärzte. High Class Cover der besonderen Sorte. Die Toten Hosen, Deutschlands No. 1 Deutsch-Punk-Rock-Band und die Ärzte, Deutschlands No. 1 Deutsch-Spaß-Punk-Pop-Band, lassen sich vereinen von vier Hamburger Musikern zu Deutschlands No. 1 Deutsch-Spaß-Punk-Rock-Pop-Coverband. Die Toten Ärzte haben in elf Jahren Tour an die 600 Konzerte zelebriert. Somit ist diese Band Europas meistgebuchter Tribute-Act. Lauter! 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 Ja! Geadelt durch eine Eigenproduktion unter Mitwirkung von Fußballspielern des FC St. Pauli und die Anwesenheit von den Musikern der Originalbands on Stage, ließen es die Jungs auf Bühnen von 1000 bis 200.000 Personen Besucherkapazität so richtig krachen. Feuershow, Pyroshow und Konfettiregen sind Begleiterscheinungen einer brachialen Abgehshow, die ihresgleichen sucht. Neben den besonderen Gassenhauern der Toten Hosen, der Die Ärzte und nicht zuletzt der Die Toten Ärzte, erwartet euch ein unvergesslicher Abend und ein besonderer Moment. Zudem ist der Preis heiß. Wir warten auf euch. Wir warten auf euch. Wir warten auf euch. Fragt einfach nach unter 0177 315 9042 webmaster at dietotenärzte.de Bis zum nächsten Mal.